So, es ist Mäuse, Spieltag Nummer 9, let's go! Ich bin Kessem, euer Liga-Inzider, ich bin heute ganz scharp unterwegs, ganz cool, ganz easy. Wenn ihr cool unterwegs seid, haut hier mal das Like rein, haut hier mal ein Abo rein. Schreibt mir mal euer Lieblingswort in die Kommentare, dass ich ein Gefühl bekomme, wie ihr eigentlich so drauf seid. Und damit würde ich sagen, gehen wir in den richtig heißen Spieltag rein, Spieltag 9, let's go! So, und dann gehen wir hier mal in die Veranstaltung und mein erstes Spiel, das ist direkt mal hier eine Co-Partie. Da hole ich mir mal Svenno aus dem Gamechanger-Pod dazu. Der hatte nämlich gestern wieder ein paar schlaue Gedanken zu Leverkusen und da hören wir mal ganz easy rein. Wir sind bei meiner Lieblingsstatistik angelangt, wie nämlich Schnittstellenpässe. Warum ist das so, dass für mich die Königsdisziplin für Balance... In der letzten Saison war Leverkusen Offensiv Dritter, diese Saison Offensiv Leverkusen Achter, Defensiv Leverkusen Vierzehnter. Das bedeutet für mich, die Balance ist irgendwo abhandengekommen. Yeah, Svennos Lieblingsstatistik habe ich heute auch noch ein paar Mal drin und ganze Folge natürlich wie gehabt in den Shownotes. Auf jeden Fall mal reinhören, wenn ihr das noch nicht getan habt, habt ihr ja wahrscheinlich eh schon. Balance abhandengekommen ist das Stichwort. Erstmal zu den Personalien bei Stuttgart. Auch da ist eine Disbalance. Da fehlt jetzt nämlich der wichtigste Mann, Türsteher Jeff Chabot. Dadurch stellt der VfB diesen Spieltag die jüngste IV mit Chase, der ist 20 und Ruho, der ist 23. Die durften sich schon frisch einspielen da im Pokal. Da hat Hündnis die beiden nämlich aufs Parkett gezaubert und da ging es auch weiter. 2 zu 1 Sieg und auch die beiden da ohne Fehler. Der kam nämlich von Rida, deswegen sind die beiden da auch frei raus. Also die kommen hier schon mal mit einem Gameflow. Und wer ebenfalls heiß ist, das ist Chris Führig. Der ist vielleicht jetzt aufgewacht. Erstes Pflichtspieltor hat er abgeliefert. Und wir erwarten ihn jedoch erstmal nicht in der Startelf. Denn bei Stuttgart ist jetzt El Bilal-Time. Ja, der hat sich jetzt gemausert. Hält in Turin. Der hält auch gegen Kiel. Da auch mit Tor und Assist und gerade auch im Zusammenspiel mit Dennis Undorf. Da hat er mir richtig, richtig nice gefallen. Also, der könnte jetzt hier ein richtiger Brody von Dennis werden. Zusammenspielmarke sehenswert. Stuttgart muss zum Meister. Leverkusen hatte, Svenno auch gesagt, Disbalance aka Rumpel-Performance. Nämlich in Bremen. Bremen mit mehr Schüssen aufs Tor. Und auch mehr gewonnenen Zweikämpfen. Das hat schon so ein bisschen Symbolcharakter. Und der Haussegen hängt gerade schief in Leverkusen. Das sagt auch viel über das Momentum des Teams aus. Das ist nämlich gerade nicht da. Das haben sie sich aber unter der Woche wieder ein bisschen zurückgekitzelt. Gegen Elversberg. 3-0 da. Ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Was hat Xabi da gemacht? Er hat einfach mal drei Defensiv-Allrounder aus Mittelfeld zusammen quasi. Ja, zusammengekettet. Und einfach mal aufs Spielfeld geworfen. Chaka neben Palla und auch Garcia. Die hat er da, die drei fungierten zusammen. Und Svenno, wenn wir gestern richtig interpretiert haben zwischen den Zeilen, erwartet der eventuell ein ähnliches Muster auch am heutigen Freitag. Ich gucke mir hier einen Bereich an. Tore und Großchancen. Da lässt VfB die viertmeisten zu. Pro Spiel nehme ich genau drei. Leverkusen ist da die drei im Kreieren. Und kreieren sich fast auch genau drei Stück. Also die Zahl ist für das Spiel ist drei. Habt ihr ja gehört. Und die nehme ich auch. Drei Tore. Verteile die aber so ein bisschen fair hier. 2 zu 1. L-I-K-I. Auch die geht 2-1. Und Redaktion. Auch 2-1. Hier Family-Tipp. Nachtippen sind übrigens 5 Euro ins Phrasenschwein. Schreibe ich gleich nochmal Robin. Spieler-Pick. Chaka muss jetzt hier den Laden zusammenhalten. Svenno hatte die Balance drin. Das ist Chaka. Ist für mich die Definition gerade von Balance hier noch im Leverkusen-Spiel. Der hantiert das nämlich gerade noch irgendwie alles zusammen. Über seine Passsicherheit, über seine Torschussvorlagen macht er richtig gut. Und die Form ist hübsch. Und Tor-Boost hat er nur 8%. Aber vielleicht feuert er ja mal heute einen ab. Ich feuere mal in die Konferenz. Die ist nämlich wieder picke-packevoll mit 5 heißen Spielen. Die Bayern gegen Union. Das ist die 1 gegen die 4. Das klingt ja schon mal nach einem Top-Spiel. Ist aber wahrscheinlich kein. Das halte ich aber mal hier ganz kurz. Statistik-Tool ist Bayern eigentlich überall die 1. Faktor Ballbesitz. Da prognostiziere ich jetzt mal 80 zu 20 am Wochenende. Und UPA wackelt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das könnte eventuell noch mal Veränderungen bedeuten für die Bayern. Daya ist gestartet im Pokal. Der musste auch angeschlagen runter. Jetzt haben wir Leon Goretzka da als Alternative drin. Oberschenkel-Prellung bei Daya. Deswegen ist der raus. Und Goretzka. Der hat das auch schon mal gespielt. IV könnte jetzt reinkommen. Grüße an die Leute, die Freitag Nachmittag noch irgendwelche Videos mit Fußballbezug schneiden dürfen. Ja, UPA Meccano jetzt ohne Alternative angeschlagen. Aktuell erwarten wir ihn dann wohl doch dann drin. Und Daya geht es auch wieder besser. Gruß geht raus. Ich drehe hier auf Cruise Control. Statistisch ist Bayern, habe ich euch ja schon gesagt, das Nonplusultra. Union ist aber nicht überall das schlechteste Team. Die machen das nämlich auch richtig gut. Da gerade auch im Verteidigen, da Konterabsicherung, diverse Stats. Da liegen sie wirklich echt richtig solide. Und deswegen, ich sage hier, Bayern hält das zu Null, weil auch der Manuel Neuer eine sehr hohe Zu-Null-Wahrscheinlichkeit hat. Die höchste, die sind später tatsächlich mit. 74 Prozent und deswegen nehme ich hier mal 2-0. Eli Roboter auch 2-0. Und die Redaktion, oh, die ist mutiger. 4-0. So, mein Pick kommt aber aus dem Union-Tor. Das ist ein Spiel für den dänischen Kater hier. Pro et spiele til null. Ylang Thiel, würde ich sagen. Also, halt mal lang, das Spiel zu Null. Dann wird das nämlich hier vielleicht eine nervöse Partie für alle Bayern. So, und damit gehen wir mal weiter. Vielleicht nach dem Bayern-Match. Das eindeutigste Match aus der Konferenz. Oder haben die Neutrainer der Bochumer sich vielleicht einen Überraschungsplan überlegt? Das wird so oder so, aber super schwierig. Gegen Bayern gefiel mir bei Bochum. Gerade die rechte Seite, da liefen 50 Prozent der Angriffe. Und auch vorne Moritz Broschinski fand ich sehr gut in den Luftduellen. Vielleicht, ja, kristallisiert sich hier nochmal was Positives gerade raus. Der Bochum-Plan bedarf aber Zeit. Das ist hier auch mein Gefühl. Und jetzt gehen sie nach Frankfurt. Da läuft gerade einfach alles. DFB-Pokal in Unterzahl. Gegen Gladbach. Wieder eine absolute Show geboten. In Style da wieder alles weggeholt. Und ich fühle da einfach irgendwie so pure Energie. Ich fühle da, wenn ich mir das Tor angucke von Iki Tiki, wie der jubelt. So, da kriege ich einfach Gänsehaut. Das ist einfach nur geil. Das macht einfach nur Spaß zuzugucken. Der nimmt Friedrich da irgendwie mit. 1 zu 1 da. Duell auf dem Pausenhof irgendwie ohne Schulbrot. Lässt den da auch nur stehen. Und wenn du Mamouche noch von der Bank bringen kannst. Mit einer Halloween-Maske. Also, dann weißt du auch, was in Frankfurt einfach gerade abgeht. Nämlich die Über-Party. Auch so die Bewegung auf engstem Raum da beim 2-1. Da steht Sander, Weigl, Friedrich, Itakura. Das sind alles Zuschauer. Und Frankfurt. Ich nehme Frankfurt All Day hier. 3 zu 0. Wahrscheinlich sogar höher. LI-Roboter. 2-1. Party-Tipp. Und Redaktion ist hier mit mir. 3 zu 0. Mein Mann fürs Spiel. Ich muss da vorne zugreifen. Das ist ja auch hier Spieltag. Nach 9. 9 ist eine Sturmnummer. Und deswegen muss ich hier auch ein paar Stürmer in meine Picks bekommen. Mamouche oder Hugo. Die kannst du hier beide blind aufstellen. Die Form. Ich nehme hier den Mann mit der schlechteren Form. Und ich sage, das ist für ihn Momentum-Game. Da holt sich jetzt seine Momentum-Skills wieder zurück. Hugo Ikitike. 30% Torboost. Mamouche hat sogar 54 auf den Treffer. Also hier klare Angelegenheit. So, in der Konfi bewegen wir uns mal Richtung Hoffenheim. Die empfangen den FC St. Pauli. So, der Kiez-Klub, der muss jetzt aufwachen hier. Hallo. So, aufwachen. Was ist denn da los? In den letzten drei Spielen ein Punkt. Das ist eher Richtung Absteiger. Aber wir müssen hier mal schauen, was die Kiez-Kicker am Wochenende auf die Piste bringen. Also, Vorsicht auf jeden Fall vor den Hoffenheimern. Das auch ebenfalls gerne weitererzählen. Bereich Schnittstellenpass. Hatte Svenno drin. Haben wir hier drin. Pauli ist da wirklich anfällig. Da sind sie das sechstschwächste Team. Und TSG spielt die fünftmeisten. Von daher ist das hier ja ein absolutes Albtraum-Match-Up. Für Pauli geht was über den Standard. Den habe ich mal rausgearbeitet. Da sind sie die sechs bei den Abschluss nach Standards. Und Hoffenheim lässt die viertmeisten zu. Also, hier könnte wieder eine Balance einkehren, wenn wir da bei dem Wort jetzt auch bleiben. Für mich neutralisieren die sich so ein bisschen auch über die beiden Segmente. Ich glaube aber, dass wir hier Tore sehen. Beide Teams lassen nämlich auch super viele Pässe ins letzte Drittel zu. Da haben wir nämlich viertschwächste Team gegen drittschwächste Team. Und daher glaube ich hier viele Torsituationen. Ich gehe hier mal mit dem 2 zu 2. Finde ich ist ein geiler Tipp. L-I-K-E. Die kann nur eine Sache tippen. Das ist das 2-1. Und die Redaktion sogar zu 0. Das glaube ich nicht. Da sollte mich der Kiez-Club doch hier nicht enttäuschen. Im Video am Montag, da war er der Programmspieler Tore. Mein Kollege aus der Hansdampf League, den grüße ich hier mal ganz lieb. Der hat mir geschrieben, Erzbischof auf Tom-Basis. Und es sind aktuell die Bischof-Wochen, Ladies and Gentlemen. Für mich ist das der absolute Wunderknabe gerade in Hoffenheim. Der ist komplett der Chef da. Der trägt jetzt sogar optisch auch ein Moustache zum Movember. Auch das passt. Form ist heftig. Matchup mit Schnittstellenpass. Passt. So, Wolfsburg gegen FC Augsburg. Die Augsburger überraschten mich gegen Dortmund. Da muss ich ehrlich sein. Auch im Pokal keine Probleme. Bei Claude Maurice fragen sich viele, wo kommt der denn eigentlich gerade her? Doppelpack gegen Dortmund. Die schießt er im Alleingang ab. Und das macht er dann auch mit viel Liebe. Legt er auch das erste Ding rein gegen Schalke. Der kommt von Nizza, kurz vorm Deadline-Day. Den hatten wir, denke ich, alle nicht auf dem Schirm. Chapeau ans FCA-Management. Vier Spiele, vier Tore. Den haben Kuliarakis und auch Wavro schon übers Matchday-Briefing von Hasenhüttel an die Leine bekommen. Also, da heißt es Augen auf in Wolfsburg. Die Wolfsburger selber siegreich im Pokal. Also, haben wir hier zwei heiße Teams gerade im Duell. Wolfsburg zu Hause immer mit einer heißen XG-Wert-Variante. 1,71. Das ist hier für mich ein ganz klarer Wolfsburg-Sieg. Die müssen aber aufpassen, denn Augsburg ist eklig. Augsburg kann Abschluss nach Angriffspressing und auch Tore nach Kontern. Also, wenn die sich hinten reinstellen, dann können die da ganz eklig auf einmal umschalten. Das ist nämlich Augsburg-Territory. Die dominieren da die Segmente. Wenn Wolfsburg sich hier dumm anstellt, dann geht das hier ganz fix in eine andere Nummer. Ich glaube aber, dass die clever sind mit Vollgas und nicht abwürgen. Von daher glaube ich, Augsburg kühlt hier mal ein bisschen runter. Ich fand Wolfsburg nämlich gegen Pauli defensiv schon sehr gut. Ich sag hier auch wieder zu Null mit Grabara. 2 zu Null nehme ich. L.E.K.I. 2.1. Und unsere Redaktion geht hier mit mir 2 zu Null. In der Halloween-Woche, da gehe ich mit Fadi auf den Maskenmann. Mit ihm steht und fällt nämlich das Wölfe-Spiel. Form ist super. Matchup ist auch nice. Der hat nämlich 41% zu Null Chance in unserem Tool Kamil Grabara. So, letztes Spiel, Konfi, Schleswig-Holstein meets Baden-Württemberg. Kiel war in Stuttgart wirklich dran an dem Punkt. Das müssen wir wirklich mal so sagen. Die präsentieren sich da wirklich gut. Und auch in Leverkusen haben sie mir sehr gut gefallen. Im Pokal gab es aber die kalte Dusche gegen den FC Köln. Das ist ein Zweitligist. Und das ist für mich auch so ein bisschen symbolisch, dass der Step-Bundessieger, da reicht es einfach noch nicht. So ehrlich müssen wir hier sein. Aber, was wir auch sagen müssen, das Gleiche könnten wir fast zu Heidenheim sagen, wenn wir uns nur das Pokal-Spiel anschauen. Denn auch die fliegen gegen den Berliner Zweitligisten raus. Die sind aber von der Gesamtperformance auf einem anderen Level. Das ist einfach so. Wir gucken auf die Conference League. Wir gucken auf Frank Schmidt. Der ist nämlich Bulletproof. Bei Heidenheim gefällt mir besonders die Frische, das variable Spiel. Unter der Woche in der Conference League, da holen sie die Siege. Trainer Frank hat da irgendwie diesen Funken, den er immer den Spieler mitgeben kann. Das gefällt mir hier richtig gut. Auch wie er die jungen Spieler heranführt, nachhaltig. Das sehe ich. Paul Wanner, bräunig. Das macht er richtig gut. Tore nach Kontern kassiert Kiel die Zweitmeisten. Tore in Großchancen kassiert Kiel die Zweitmeisten. Dribblingsrote Zone. Auch hier lassen sie viel zu. Deswegen muss ich hier mit Heidenheim gehen. Ich gehe hier mit dem 1 zu 2. Also pro Heidenheim. L-I-K-I. Oho. Die edle Maschine. 1 zu 1. Und Redaktion. Auch die nimmt das 1 zu 1. Spannung in der Bude. Ich nehme hier Marvin Piringer. Der ist für mich so eine kleine Überraschung in Heidenheim. Gerade nach dem kleinen Dienstabgang. Da gefällt er mir jetzt richtig gut. Gerade auch im Torabschluss. Da bekommt er von mir auch den Torboost hier. 18%. Und er steht klar. Und er steht hier ganz fett von Hubi im Matchday Briefing. Das habe ich gesehen. Alle Dauerkarten-User wissen das auch. Top Form und Top Matchup für Marvin. So. Der Zwischenstand mal hier im Tippspiel. Die Maschine ist endlich aufgewacht. L-I-K-I mit der absoluten Monsterwoche. Ist jetzt auch wieder dran. An den, ja, an uns hier. Ich bin aber nach vorne gerückt. Habe da einen Punkt mehr ergattert als die Redaktion. Trotz Volltipp bei den Bayern. Das war sehr stark. So. Wir kommen zum Banger. Zum Top-Spiel der Woche. 18.30. Signal Iduna Park. Werd angezündet. Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. Die absoluten Horrorwochengrad für Nuri. Aber wie viel kann der dafür? Also. Mehr dazu findet ihr auch gestern. Da habe ich nämlich drauf reagiert. Auf die aktuelle BVB-Situation. Verlinke ich euch nochmal am Ende des Videos. Und BVB hat genau eine Chance. Und das ist Seho Gerasi in eine geile Schussposition bringen. Und dann müssen sie irgendwie hinten auch noch die 0 halten. Das wäre richtig schwer. Es geht nämlich gegen die beste Defensive der Liga, die gefühlt auf Meisterkursgrad unterwegs ist. Beim BVB sind gefühlt alle angeschlagen oder verletzt. Besonders die Key-Position. Das ist hart. Denn auch ein Waldemar Anton wackelt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Rechts haben wir jetzt auf Emre Can gedreht. Und jetzt ist er auf Emre Can gedreht. Leute, nimm doch einfach den Can raus. Würde ich jetzt dem Nuri empfehlen. Aber was soll der Nuri denn machen, wenn da der Riasson und der Kuto auch noch ausfallen? Dann muss er ja einen bringen. Ist Can der Richtige? Schreibt mir das mal hier in die Kommentare. Gerne auch euren Tipp für das Top-Spiel. Das ist ja hier auch auf unserem Thumbnail gelandet. Und Emre Can ist der Kapitän, den BVB nie wollte, aber doch auch niemals abgesägt hatte. Den hätte ich gerne gegen Xavi Simmons gesehen. Der ist aber leider auch verletzt. Und deswegen gehen wir mal rüber zur Personaldecke RB. Denn auch die ist angebröckelt. Die kommen aber über das Team. Und das macht Leipzig die Saison so stark und auch besser als den BVB. Mit Marco Rose und Jürgen Klopp kommen hier auch noch zwei BVB-Legenden. Das lädt das Game einfach nur noch mehr auf, was einfach noch geiler ist. Und ich glaube, die beiden lachen. Die haben da wirklich ein geiles Team gerade formiert. Denn auch ohne Simmons läuft es bei RB. Nusa und ein Baumigi. Die nominellen Ersatzleute, die holen sich ihr Selbstvertrauen im Pokal gegen Pauli. Die transformieren sich hier zu richtigen Leistungsträgern. Noch einer wackelt fürs Spiel bei Leipzig. Das ist Lois Openda. Vielleicht der wichtigste Mann vorne drin. Aber auch hier steht pausenbereit. Auch der erfolgreich im Pokal sogar doppelt. Ich bin im Datentool unterwegs gewesen. Da neutralisieren sich die Teams für mich bis auf ein Segment. Das ist Fehler vor Gegentor. Das wissen hier auch schon viele. Da ist BVB mit neun Stück nämlich das schlechteste Team. Und das ist immer einer pro Spiel. Und genau dieser eine reicht schon, wenn du den drin hast im Spiel gegen RB. Denn die sind eisekalt. Ich nehme hier genau das. Suck out BVB. 0-1. Und dann brennt da leider alles. Ich wünsche es Dortmund wirklich. Ich wünsche es den Leuten, den Verantwortlichen. Ich feiere Nuri auch als Person. Aber ich sehe es einfach nicht, wie die hier das Spiel gewinnen wollen. Denn RB hat den Gamebreaker zurück im Team. Das ist Gulaschi. Und den zweiten stelle ich euch gleich vor im Pick. So, Insider KI. Das ist geil. 2-1 Dortmund. Und Redaktion, die ist mit mir. Und die tippt hier sogar auf 0-2. Das ist für mich ein realistischer Tipp. Mein Gamebreaker neben Gulaschi ist Baumgartner. Die Form ist top. Gegen Freiburg gefiel er mir sehr gut. Im Pokal war er auch stark. Und das Matchup gegen Emre Can. Das ist Match made in Heaven. So, ich nehme hier Chris Moneymaker. Torboost 16%. So, Sonntagsspektakel mit SC gegen Mainz. Ist aber eigentlich auch kein Spektakel. Bei Mainz wackelt Amiri nach Pokalpleite. Den könnt ihr mir gerne noch bei Sorare abkaufen. Wenn hier der eine oder andere reinhört. Burkhardt fällt aus. Und damit fehlen dir vielleicht die entscheidendsten Leute. Der eine fehlt safe. Und wenn der andere wackelt, dann reicht mir das hier schon. Denn ich brauche hier einen Amiri in Topform. Ansonsten geht hier gar nichts in Mainz Richtung. SC Freiburg ist so gut. SC macht mir Spaß. Die haben sich teuer verkauft in Leipzig. Da sogar mit dem Führungstreffer über Dorn. Die japanische Wirbelmaus mit der linken Klebe. Ohne ihn wird es knapp, sage ich. Entscheidet sich ja kurzfristig hier die Entscheidung. Entsprechend aber mein Tipp. Ich sage nämlich, der spielt 2 zu 0 Freiburg. L-I-K-I 1-1. Das ist mutig bis verrückt. Und Redaktion ist hier mit mir. 2 zu 0. Und die SC zieht das. So, Pick bediene ich mich hier. Straight am Matchday Briefing. Habe ich hier so bekommen. Dann nehme ich das auch. Christian Günther mit einer Topform. Mit einem Top Matchup. Rechte Seite gegen Kassi. Der lässt dann doch manchmal was zu. Von daher nehme ich den hier sehr gerne. So Leute, wir gehen ins letzte Matchup. Und da grüße ich mal den Kickbase-Guide Tobi. Der immer so schön mit mir die Pyramide baut. Der ist mit seinen Ligenkollegen. Ist aus seiner eigenen Liga. Ist im Borussia-Park. Und hat eine Sache gesagt. Wir hören nochmal ganz fix rein hier. Von der Dienstagsfolge. Ich habe es dir schon im Off erzählt. Ich bin am Wochenende wieder im Stadion. Da kann ich mir unsere El-Giraf live angucken. Wie er den Bremern 1-2 einschädeln wird. Glaubt mir, ihr werdet meinen Schrei hören. Wenn Tim Kleindienst trifft. Das wird man durch die Live-Übertragung sehen. Keine Sorge. Ich werde in jedem Fall genau hinhören. Wenn da die Stadionmusik losgeht. Für die Fohlen sprechen die Schnittstellenpässe. Da lässt nämlich Bremen die meisten zu. Gladbach spielt selber auch die viertmeisten. Und Plea ist da tatsächlich der Mann. Ist da sogar die 3. Also richtig gut da im Ranking. Mit 7 Stück. Und auch Rocco Reitz kann die sehr gut spielen. Das Spiel kippt aber für mich in die Werder-Richtung. Und das sage ich euch. Das mache ich an keiner Metrik fest. Das mache ich einfach nach meinem Herz- und Bauchgefühl. Das kann ich mir irgendwie gut vorstellen. Denn ich sehe hier einen Mann. Und das ist gleichzeitig auch mein Pick. Aber vorher noch mein Tipp. Da sage ich nämlich 1 zu 2 für Werder Bremen. Fühle ich irgendwie, ich fühle den Momentum-Boost hier bei Werder. Liga-Insider-Roboter. 2-1 geht hier mit dem Schnittstellenpass. Und die Redaktion. Finally. Gehen sie auf ihre Bremer. Happy End. Das ist nice. So. Spiel ist für mich ganz offen. Das sage ich ja auch nochmal an der Stelle. Die Bremer sind hier wie gesagt die Momentum-Kings gerade. Top of the Charts für mich. Star der Woche ist Mitchell Weiser im Montagsvideo. Weltklasse ist in der Form-Pyramide am Dienstag gewesen. Der entscheidet hier für mich das Spiel. Die Form ist top. Das Matchup, das ist tricky. Denn Skelly lässt eigentlich gar nicht so viel zu auf seiner linken Seite. Und Nets davor auch nicht. Aber für mich ist Weiser nochmal eine andere Nummer als die Gegner, die Gladbach davor hatte. Von daher nehme ich hier meinen Mann. Und das ist Big Mitch gegen Gladbach. Ihr Lieben, wer noch nicht genug bekommen kann zum neunten Spieltag. Wir haben noch Hubis Matchup Matrix und auch Brian's Gamechanger Notebook. Pack ich euch in die Shownotes. Da auch auf jeden Fall mal reinlesen. Dann noch die Videos. BVB Reaction und Pyramide mit Guido. Und damit schönes Wochenende. Viele Tore. Tschüss.